Da sind wir wieder, entschuldigung, ich halte das Mikro nicht an, aber auf jeden Fall sind wir wieder da, wir brauchen jetzt schnell irgendwas zum futtern, deswegen hau ich das jetzt mal im Schneider rein, solange ich hier abkacke und das Fleisch abbrät, machen wir noch ein bisschen Erde-Farming, aber kurz Brille richten, ich glaube ihr erzählt einfach nicht über die ganzen Erneuerungen bei Minecraft 1.3.2 und 1.3.1, das sind bei 1.3.2 ja jetzt nicht so viele, da haben sie nur noch mal ein paar Bugs gefixt und wir haben keine Schaufel mehr. Äh, da, sieht auch schön aus, so eine Steinschauf hier, so, weder geht's, na aber zum Glück kratzt man nicht ganz ab, wenn man die Hungerleiste leer ist, haben wir nochmal gerade so Glück gehabt. Das Ding passt gerade nicht so. Äh, und ich weiß jetzt nicht, ob ich das in der, in der vorherigen Aufnahme schon gesagt hatte, aber ich werde mir auf jeden Fall nochmal ein Headset kaufen, ich glaube das hatte ich, das hatte ich vorhin glaube ich vergessen, äh, damit einfach die, die Tonqualität besser wird, weil so dolle finde ich sie jetzt selber noch nicht, das geht auf jeden Fall noch besser, ähm, deswegen kaufe ich mir bald das nochmal. Und, ich habe, ein Problem habe ich noch, ähm, da hoffe ich mal ganz auf euch, und zwar, ich hatte, ich habe, ich habe zwei, zwei Bildschirme, und wenn ich jetzt, wie jetzt, hier im Vollbildmodus spiele, dann kann ich zwischen den beiden nicht wechseln. Vielleicht könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, äh, ob ihr wisst, wie man das löst. Also ich würde ja jetzt von hier so jetzt gerne einfach mal rüber switchen zum anderen Bildschirm und da jetzt zum Beispiel die Playlist zu erinnern, ohne aus dem Vollbildmodus rauszugehen. Weil, das ist mir schon, das ist mir einmal passiert und dann muss ich halt aus dem Vollbildmodus raus, und dann hat er die Aufnahmen unterbrochen und fängt dann gleich wieder neu an und sowas, das ist halt scheiße, dann habe ich da, äh, drei oder vier Aufnahmen, die ich dann am Ende wieder zusammenschneiden muss. Ist ja auch nicht so doll. Auf jeden Fall sind wir mit dem Erdefarming hier gleich fertig. Noch das bisschen, aber erstmal ist unser Ofen fertig. So, jetzt habe ich das Mampfen. Ja, momm, 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 momm. So, wieder geht's. Ja, nur noch diesen kleinen Teil hier. Und dann beginnen wir einfach mal mit dem Hausbau. Oder noch Cobbelfarm. muss ich mir mal überlegen direkt an meinem gesicht vorbei auch schön ja hier haben wir eine kleine lagune die werde ich aber erst mal so zu bauen weil die mich einfach einfach stören wird beim bauen ja das reicht gleich also noch dieses stückchen hier oben hin und dann geht's los mit dem hausbau bau 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 und da schon wieder meine schaufel kaputt ja machen wir noch mal kurz zu und dann geht's los und es werden übrigens es wird übrigens so ablaufen mit den let's place ich hatte ja vorhin schon dass meine kommen meine das vielleicht als erstes kommen weil ich hier halt für hochladen muss in internet und blablabla und dann werden die anderen beiden ihre das place hochladen das muss ich mal gucken vielleicht habe ich kein richtiges holz mehr deshalb brauche ich nämlich so ein schickes holz davon ich glaube 16 ja ich glaube 16 müsste eigentlich reichen und das wird schon wieder dunkel ich glaube es nicht so eine scheiße los geht's los geht's los geht's hört sich so an als wenn ich irgendwas schreckliches hier passiert ich hoffe nicht kein creeper mit denen habe ich nicht so gute erfahrung pams pams das recht liegt aber sogar schon an holz so dann gehen wir erstmal eine runde knacken so nun brauche ich aber doch noch ein bisschen platz pams einmal ordnen hier passt noch nicht so wie ich es haben will auch hier werden wir es noch ein bisschen abtragen weil da ist meiner kopie bisschen was zu eng geworden weil ich sogar später noch so einen abgang runter dann da zu der kubbelfarm und das wurde ein bisschen zu eng und dann sah es nicht so mehr so gut aus deswegen mache ich hier alles besser dann trage ich hier den ganzen messerwässer nochmal ab ist ja nicht so viel müsste ich eigentlich jetzt noch schaffen in der aufnahme oh scheißwasser pams 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 naja wie gesagt ich bin etwas rüger jetzt schon geworden einfach weil ich total müde bin deswegen erstmal eine runde schlaf gleich und es kann auch passieren dass irgendwann in ferner zukunft mal das schlimmste passieren wird das wird und das ist das keine ich wiederhole keine minecraft folge kommt weil ich einfach im moment dann viel stress habe mit der schule so abschlussprüfungen und abschlussprojekte und sowas und und noch einiges mehr deswegen könnte es passieren dass ich dann nicht dazu komme aufzunehmen aber dann werde ich auch bescheid geben aber wir hoffen mal dass es nicht passieren wird spams 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 so das war es jetzt nochmal hier eben das loch da stopfen ich glaube ich nehme einfach sogar noch länger auf ich hätte eigentlich vor jetzt eine halbe stunde aufzunehmen insgesamt aber durch die unterbrechung und sowas mache ich einfach mal ein bisschen länger weil ich ja heute so gut drauf bin ich mach auch nochmal zu hier na und es werden vielleicht sogar noch und da freue ich mich schon drauf adventure maps folgen also minecraft adventure maps kennt vielleicht schon jemand das sind halt irgendwelche aufgaben die ich dann erledigen muss und so aber das liegt alles noch in ferner ferner zukunft wenn ich halt richtig angestellt werde da kommt sehr drauf an ob sie mich dann überhaupt noch wollen ich hoffe mal so dann fälle ich mal eben den baum hier spin w w w w w w Vielen Dank.